Wir sind wieder zurück bei Staba und in der zweiten Staffel und in der zweiten Folge und haben uns vorgenommen diesmal keine Stunde 20 zu machen, sondern zwei Stunden 20, ne? Ja, ja, das ist der Plan. Alter, alter, alter! Entschuldigung, ich habe die Folge so angefangen, wie ich die letzte aufgehört habe, wie ich es versprochen habe. Alter. So, da noch das Geld zu tun. Versuch jetzt mal zu dir runter zu kommen. Mal gucken, ob ich dich irgendwie finde. Jetzt sind ja eh keine Ruhe. Oh, bist du nett? Warte, ich glaube, der ist nett. Der ist nett. Nur Gott sei Dank ist der nett. Oh, hallo! Oh, Hilfe! Hm? Wäre gerade verfolgt, während ich zu dir runterkomme. Ja, ja, da treiben sie so komische Typen rum die ganze Zeit. Seitdem ich mir ein kurzes Röckchen angezogen habe, verfolgen die mich die ganzen. Das auch nicht. Ich glaube, ich will doch nicht zu dir kommen. Was denn? Äh, kurzer Rock. Ja, ja. Boah, du bist so ein Sexist, weißt du? Als ob nur Frauen Röcke tragen können. Denk mal an die Schotten, ja? Machst du grad die Schotten, dich? Ich hab doch gar kein Alkohol dabei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss ja dringend raus. Ich gucke gerade mal bei TeamSpeak, wie lange wir jetzt eigentlich schon am Aufnehmen sind. Schon seit 7 Stunden 43 nehmen wir irgendwas auf. Boah, ach du Heilige. Durchgehend irgendwas, das ist schon krass eigentlich. Es fing an, ja stimmt, GTA Online, danach Rust und jetzt noch Starbound. Also das ist echt schon, puh. Da soll mal einer sagen, das wäre nicht doch irgendwie anstrengend. Also es macht ja trotzdem Spaß, so ist es nicht. Aber man merkt doch schon, dass man so langsam und... Vor allem, man kann kaum noch sitzen, Alter. Also mein Hintern fühlt sich gerade an wie so ein Care-Paket. Was denn? Ich will das jetzt nicht... Ich will da keine Gedanken zu haben. Was denn? Man kann ja wohl auch als Mann mal über seinen Hintern reden, ohne dass ja sofort der kleine Homophob rauskommt, ja? Ja, dann mach das aber bitte in irgendeiner Bar mit irgendwelchen anderen, die das gut finden. Nur weil der Typ ja... Weißt du, weil du in Darmstadt wohnst? Ganz ehrlich, aber wenn man in Darmstadt wohnt, muss man doch bestimmt die ganze Zeit sich irgendwelche Arschwitze anhören, oder? Ja, auf jeden Fall. Boah, wie heißt euer Stadion nochmal? Darmstadtium. Entschuldigung, ist aber auch zu gut. Darmstadtium hört sich an wie... Sorry, das hört sich an wie Endstadtium im... Alarmstufe Rot im Mastdarm. Frag mich auch nicht, wer sich das ausgedacht hat, den Namen. Das muss man doch... Sowas muss man doch merken, dass das vielleicht irgendwie komisch klingt. Sonst habe ich ja doch Pixel auf. Muss ich husten vor lauter Freude. Du hast dir aber ganz schön viel übersehen oder liegen gelassen oder so, ne? Wie liegen lassen? Ich finde hier grad noch ganz viel Gold und Kopper, das alles im Kies. Was? Geh bestimmt... Geh sofort irgendwo anders hin. So. Das Problem ist einfach, dass die Höhlen hier so riesig sind, dass man immer irgendwo was findet. Alter. Boah, jetzt... Das wird lustig. Wenn ich das jetzt anfange... Und ich tue es. Wuuuuhuuhu. Oh Gott. Hallo? Au! Was denn? Was für ein hinterherliches Vieh. Tut so, als wenn es voll mein Kumpel wäre und dann haut es mich kaputt. Oh, du hast... Du hast Heidelhaut kennengelernt? Hahaha. Was? So. Oh, ich glaub da hab ich echt ein bisschen... bisschen Sand ab... abgeschaufelt. Oh. Hä? Oh, ich hab einen Silber hier gefunden. Einen Silber? Nee, drei. Boah, wo bin ich denn hier bloß? Alter, hier ist... Hier sind so riesige Höhlen, ich werde niemals wieder zurückfinden. Aber ich müsste eigentlich mal langsam zurück. Zurück? Zurück. Zurück, zurück. Haben sie ja auch irgendwie nochmal versucht zu recyceln, die Sendung, ne? Ist aber auch irgendwie die Hose... Die... die Wochenshow? Ja, ja. Hab ich ja gar nicht mitbekommen. Auch wieder... Ja, mit über Welke und sowas. Auf dem ZDF. Hä? Aber die macht doch... Das ist doch die ZDF-Show. Also die... die Heute-Show. Nee, das... die... die haben auch die Wochenshow ver... Oh. Recyceln. Hi. Macht hier einer auf, ich bin so weit gekommen und ist grad mal hier so. Na ja, immerhin. Schnell weg, der Tobi ist da oben. Oh, oh. Oh. Was seh ich denn da drüben? Ey! Ach komm, ist ja der nützige Roboter schon wieder da. Ja, ich kann doch wieder gehen. Du kannst wieder gehen? Ein Wunder! Oh, oh, oh. Was denn? Okay. Ja, nein. Hm? Ja, nein. In Ordnung. Was murmelt der da in seinen Bart? Mario. Alter, was ist denn heute los? Das müssen aber die sieben Stunden sein, diese Verzweiflungswitze. Huch. Muss ich grad mal husten. Kämpfst du grad da unten? Ja, gegen irgendwelche Schildkröten, die ich noch nie gesehen hab. Ich glaub, die haben auch neue Monster reingehauen. Kann das sein? Das weiß ich gar nicht so genau. Diese Schildkröten hab ich zum Beispiel noch nie gesehen. Einige davon fiepen so niedlich. Hey, ich hab Fleisch gefunden. Fleisch. Was? Ich hab das gar nicht mitgenommen, ich Idiot. Ich hatte das oben noch in den Ofen getan. Das ist ja total schlau. Aber ich hab Tomaten und Bananen dabei. Also, falls du was brauchst, von mir kriegst du nix. Das ist lieb. Tomatolix hast du dabei. Huch. Muss mal eben husten. Sekunde. So, ach... Will aber auch irgendwie nicht weggehen bei dir, ne? Ne, weil ich nehm ja auch jeden Tag auf. Ich komm irgendwie gar nicht dazu, das mal wegzukurieren. Schlimm ist das. Dann heute so... Das muss man die HL fragen, die bieten das an. Dann so... Alter, spiel ich ja lieber mit Sarazar. Oh mein... Da hab ich's auch grad gemerkt. So... Wo hab ich denn diese kleine Zwischenbasis gebaut? Ich weiß das hier gar nicht mehr. Also, ich hab keine gesehen auf dem Weg hierher. Hat da bestimmt abgebaut, der Schweinehund. So... Ah... Eine Zwischenbasis. Hab ich grad gefunden. So... So... Ein... Goldohr hab ich jetzt gefunden wieder. Wow. Hey... Also du hast ja schon... Wow, also... Das ist ja echt deprimierend. Hä? Weißt du was? Aus Frust lerne ich jetzt diesen komischen Dash. Diesen Energy Dash. So... Klingt für mich wie so ein... Energy Drink irgendwie. Energy Drink. Energy Drink. Lachst du mich aus? An. Nur an. Okay. So, wo geht's denn... Dahin? Weißt du, kaum bin ich hier unten, rennt er wieder in die andere Richtung. Wieso die andere Richtung? Ich wollte nur zur... zur Station. Ah ja. Zur Workstation quasi. Das schon. Und kaum hast du hier unten, klaut er sofort alle Rohstoffe. Fürs Team. Fürs Team. Ja. Oh, ich hab Sand hier unten gefunden. Geil. Ne, hör auf. Was? Geil. Nehm den mal mit. Man weiß nie, wann man wieder guten Sand kriegt. Wieso? Hm? Hm? Wieso? Hm? Wieso? Naja... So, dann äh... Was wär echt frustrierend, wenn ich mal überleg, was man früher teilweise in diesen Sanddingern gefunden hat alles. Ja, ist jetzt halt ein bisschen mau geworden. Oh. Bist du lieb? Du bist lieb. Du bist lieb. Gott sei Dank. So. Oh. Hi. Hey, na? Guck mal, ich hab Gold. Und dein Hasenfreund. Ja, das ist ein Kumpel von mir. Ariel, die Meerjungfrau ist das. Wäs? Sieht doch ganz anders aus. Naja, aber... Das ist meine Love-Doll. So. Oh, Eisen. Oh, 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 Eisen. Hast du schon eine Silberspitzhacke? Was? Wieso? Nein, das find ich ne dreiste Unterstellung. Keine Frage. Wie kannst du sowas behaupten? Nein, das war ne Frage. Nie würde ich... Fehlinformationen rausgeben, außer es kommt mir zugute. Oh, wie schnell das geht mit so ner Silberspitzhacke. Ich eier da voll rum, ey. Was für ne Silberspitzhacke? Wovon redest du denn? Was denn? Hm? Bitte nicht anpinkeln jetzt. Ey, wo bist du denn? Ach da. Ja. Ich hab gar nicht gesehen gerade. Das muss aber ein riesiger Planet sein, so weit wie man sich hier runtergräbt schon. Ja, ja. Ich glaub, der ist auch groß. War das Schnupfen? Oh, meine Nase läuft. Jaja, ich bin ja auch wieder krank. Ach du Scheiße. Bist du sicher, dass es gut ist, wenn wir so lange aufnehmen? Nicht, dass du, äh, äh, da nieder darbst. Nee, ach Quatsch. Ist schon. Wenn ich mich irgendwann nicht mehr melde, dann... Leg ich... Leg ich schnell um. Leg ich schnell um. Okay. Das mach ich. Ähm. Boah. Hm? Boah. Boah. Ne Kiste. Ne Techno-Kiste, oder was? Puls-Jump-Blueprint. Alter! Nein, du Sack. Du Sack. Manu. Hey. Naja, das wird wahrscheinlich noch ewig dauern, bis ich das mal finde. Dreh mir ruhig ein schlechtes Gewissen ein. Ach naja, ich hätte ihn so gern gehabt, weißt du. Ich würde ihn dir geben. Ach Quatsch. Benutze ihn. Boah, wie arschig wäre das, wenn ich jetzt sagen würde... Ja, das ist aber lieb. Gib mal her. Ich hätte es gemacht, glaube ich. Voll die Gutmütigkeit ausnutzen. Nein. Ey, das ist mein Whirlpool. Geh weg. So. Oh, Silber. Silber. Ah, wie gern ich jetzt Silber gehabt hätte. So, äh... Komm ich da... Komm uns, Nana? Ich hatte gerade schon den schlüpfrigen Wortwitz drauf, aber ich lasse es. Bitte, was, was denn? Ne, 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 ne. Sag mal. Ich hätte jetzt gerade gesagt, boah, ich hab grad mega Sex. Und dann hättest du gesagt, boah, ich hätte jetzt auch gern Sex. Dann hätte ich gesagt, ich geb's dir. Netter Versuch, Tobi. Oh, eine Kiste. Au. Aua, aua. Aber das ist bestimmt eine Kacki-Kiste. Da ist, äh... Alter, schon... Schon wieder sowas komisches. Obwohl, neun Damage pro Sekunde und, äh, mehr Swing-Radius. Äh, schnellerer Swing. Oh, na ja, kann man mal machen. Hab voll die coole Waffe. Ich hab bestimmt voll scheiße aus gegen die selbstgecrafteten, aber egal. Oh, da vorne ist noch so viel Kohle, die will ich vorher noch mal mitnehmen. Gut, natürlich. Ich hab ne Kiste gefunden. Hm? Ich hab ne Kiste gefunden, aber da ist nur Scheiße drin. Geil, Scheiße. Damit können wir unser Haus... Können wir unser Haus wieder dekorieren. Wie gerne hätte ich jetzt Scheiße gefunden. Oh, wie ein schöner Double Jump. Hm? Jetzt fehlt er mir wieder. Wod'n am Wehen-Tast, fehlt er doch. Huch, was ist das denn für ein Vieh? Kann man das nicht irgendwie in den 3D-Printer tun und das verdoppeln oder so? Ne, ich glaub die Dinger nicht. Oder? Probier's aber auf jeden Fall mal. Vielleicht klappts ja. Und zack, ist es weg. Dann... haben wir beide. So, juhu, da ist noch ein bisschen Gold, das ist ganz gut. Dann kann ich mir doch noch ne Gold... Kette machen. Ich gehöre nämlich gerne Dieter Bohlen von Starbound. Muss ich aber lange ins Solarium legen. Ne, ich hab ja schon diese... Diese Affenhaut hab ich ja schon. Oh, 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 oh. Der ist so ein bisschen ledrig, so ein solarium ist ledrig. Wenn dat der Dieter wüsste. Na ja, der beleidigt aber schlimm... Schlimmer. Huch. Ja, der guckt ja das Let's Play auch, ne? Auf jeden Fall! Ich wette, der hat sonst nichts besseres zu tun. Wahrscheinlich schreibt er sich damit die Witze auf für DSDS, deswegen guckt das auch keiner mehr. So wie der immer flamed bei DSDS, schreibt er auch YouTube-Kommentare, hundertpro. Ja, das auf jeden Fall, das würde man ja auch nicht wundern. Mega scheiße. Ich hatte mal eine Kackwurst, die hatte mehr Talent als du, ja? Die Kackwurst hieß... Nein, das sah ich nicht. Die hat ganz weiße Zähne. Alter! Boah, aber die tut mir... Eigentlich tut sie mir schon wieder fast... Huch, tut's mir ja schon wieder fast leid. Die Dame mit den weißen Zähnen. Tut mir wirklich... Was denn? Ja, das war schon mies, aber... Ganz ehrlich... Weiß ich nicht. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei diesen komischen Promis, die ihren Promistatus dadurch erreicht haben, dass sie die Schenkelschere machen. Ja, das stimmt. Ich meine, ganz ehrlich, ficken kann jeder, dafür braucht man kein Diplom. Das stimmt allerdings, ja, da hast du recht. Ja. Wahre Worte. Und da, wenn man... Also wenn das die Qualifikation für den Promistatus ist, wow. Also du wirst dir, wenn ich dir das mal kurz sagen darf, sehr in den Arsch beißen, dass du nicht in diese Richtung hier gelaufen bist. Was hast du jetzt wieder gefunden? Ich hab einen unterirdischen Tempel gefunden. Mann, den ich verabscheue. Soll ich mal warten, bis du hier bist? Dann kannst du dir das auch mal gucken. Für deine Zuschauer natürlich. Ist das, äh, wieder mit so Affen und sowas? Ist, glaub ich, so ein Avian-Tempel. Ein Avian-Tempel hier? So weit unten? Also da sind auf jeden Fall wieder so Goldvögel an der Wand. Warte mal, da komm ich gleich mal rum. Wenn ich ehrlich bin, sieht das Ding auch so aus, als hätte ich es noch nie gesehen. Also so von der Aufmachung her zumindest. Oh. Na, das hat ja super geklappt hier gerade. Jetzt bitte kein That's What She Said. Wie, von der Aufmachung? Hä? Versteh ich nicht. Ja, das sieht ein bisschen anders aus irgendwie, als die ganzen Tempel, die wir schon mal gefunden hatten. Das kann ich gar nicht glauben. So, du bist rechts von mir ziemlich, ne? Ja. Du 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 du. Warum kann man sicher...? Hä? Wieso geht denn jetzt hier die Kampfmusik los? Also, ich habe doch gerade geschlagen. Oh, 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 ich muss dringend, dringend bandagen. Bandage... Es kann sich nur um Jahre handeln... Oh, da unten ist ne Kiste. Verborgen im Wasser. In der Kiste ist eine ganz tolle Waffe. 10. Wie ich mich manchmal selber belügen will. In der Kiste ist was ganz Tolles. Machst du auch mal, wenn der Brief vom Finanzamt kommt, ne? Ja, in der Kiste. Die wollen bestimmt nur mit mir essen gehen. Die könnten echt mal ein bisschen netter sein. Ich sehe, du hast ne Kiste. Hey, willst du die haben? Das ist wieder ne tolle Waffe. Baseball! Achso, ich dachte wir können mal hin und her schlagen. Guck. Meinst du die rosane Erde? Achso. Hier. Aber ist nicht so geil, also nicht so groß irgendwie. Ach so. Ich hol mir die da hin. Sind das für Lampen? Hast du schon die Dinger, die Grafetten? Ne, da war nichts drin. Da war nichts drin tatsächlich. Hm. Oh. Kristalle? Und Magma? Wieso, was ist denn los mit dir? Du nimmst hier gar nichts mit. Achso, ja. Ich war deprimiert. Wegen dem Double Jump, weißt du. Du hast die Tür gar nicht mitgenommen. Achso, ach siehste. Was ist denn nun mit dir los? Seit dem Patch hast du irgendwie Fehler im System. Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das? Ich hab nur Stalle gefunden. Ja, ich hab's gesehen, wie er sich gleich wieder gierig drauf gestürzt hat. So, jetzt hab ich den Pfeiler hinten reingeschoben. Oh, oh, oh. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Alter! Macht immer noch am meisten Spaß, ich weiß nicht warum. Oh, oh. Oh, 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 oh. Alter, oh, oh, oh. Oh, hier, so wird's gemacht. Er wieder. Letzten Schlag, weißt du, alles ausgenutzt. Warum schlägst du eigentlich drauf? Ich versteh's nicht. Weil das Fressen bringt. Oh, siehste. Oh, da oben ist noch ein Kristall. Guck mal. Oh, guck mal, was da an der Wand hängt. Zwei Kristalle. Ja, da unten auch. Diamanten. Ich glaub, das sind sogar Kristalle, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das sind Diamanten. Ja? Ich würde Wetten annehmen. Ja, ich wette drauf, dass es Diamanten, äh, äh, Kristalle sind. Mein Lootometer sagt mir Diamanten. Ich bin mir spannend. Ich kann dann leider nicht mitgraben, weil das bringt bei mir gar nichts. Es geht auch in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit voran. Puh. Siehste, Diamanten? Das waren Kristalle, ich hab's genau gesehen. Was willst du mir denn erzählen, sag mal. Scheiße. Wie sind das denn, Kristalle? Und was sagen Sie zum heutigen Spiel? Es war fantastisch. Boah, das Abbauen dauert immer so 30 Jahre. Ja, ich glaub, das ist eh Magmarock, ne? Ich glaub, das hat eh schon immer lange gedauert. Ja, 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 ja. Mit dem Diamantbohrer wird's vielleicht schneller gehen. Ich bin mir nicht sicher. Weiß es nicht. So. Dann baust du da oben die Magma, äh, das Magma, dem, den, den sein Magma zu? Ja, ich hab mit dem Zeug keine gute Erfahrung. Huch. Ja, ich bin ja super schlau. Toll. Alter. Ich spring einfach nur. Boah. 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 Ja, ja, manche Dinge erinnern sich nie. Boah. Räumst du hier das ganze Kopperohr weg, oder was? Ich hab grad 22 gekriegt. Boah, ich hab grad mal 6. Der Tobi, das ist ein Loot-Magma. Nee, das tut's gar nicht. ι. Schon wieder. Nee, die Kohle hab ich gekriegt. ��리. Oh! Falle! ヤach! Wir haben nicht zubaut, ey. Ich dachte, wir sind ein Team, Iiii Oh! Ich falle! Wir haben nicht zubaut, ich dachte wir sind ein Team Fürs Team! Fürs Team! Fürs Team! Fürs Team! Fürs Team! Fürs Team! Alles fürs Team! Alles fürs Team! Weißt du was? Weißt du was? Weißt du, willst du wieder ne Bombe zünden? Was? Nein, du wirst jetzt keinen Magmarock aktivieren Nee, nee Da hab ich ein bisschen Angst Quatsch Wo siehst du den hier? Boah, du kleine Drecksau Ja, das kommt davon! Fürs Team! Fürs Team! Fürs Team! Ich bin aber nur deprimiert Oh, wir versuchen wieder hochzukommen Das wäre vielleicht sogar mal ne Maßnahme, ne? Ja, ich glaube auch Fürs Team! Wie Pixel hast du denn? Oh, was denn ist da drüben? Oh! 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 Mann! Schlojong! Ich hab grad ins Mikro gewustet und vergessen mich zu muten Ach! Patrick? Hier ist ein komisches schwarzhaariges Mädchen, das von der Decke hängt Wo? Bei dir im Arbeitszimmer oder was? Jaja, die hängt hier an der Decke und guckt mich die ganze Zeit an, egal wo ich gehe Boah, stell das mal vor, das ist ja Horror Hast du Grudge geguckt eigentlich? Äh, ja Ja, ja Sehr gut, du guckst ja sonst nicht so die Filme, ne? Nee, aber so Horrorfilme guck ich ab und zu mal ganz gerne Aber nur wenns wirklich gute Horrorfilme sind und nicht so ne Splatterscheiße wie Saw Sag mal, Tobi, ne? Ja Bist du zur Zeit eigentlich Single? Immer noch, ja Ah, ja, sieh an, sieh an Also, die Damen, ne? Ein stattlicher Mann, angesehen Wohnend in Darmstadt In Darmstadt Das ist das Ticket zur Freiheit Oh Gott Ach ja Ich glaube, die Ladies stehen eher auf Bad Boys Du musst da vielleicht noch an deinem Image arbeiten Du musst mal ne Lederjacke beim Let's Play tragen oder so Oder ne Sonnenbrille mit Facecam oder so Beim Horrorspiel im Dunkeln Alter, wie lange dauert das denn hier? Und so Sachen wie Hurensohn die ganze Zeit durch die Gegend schreien, ne? Ey Huren, ey Huren Alter, wie lange das hier dauert? Meine Freski Also ich bin grad auf nem guten Weg nach oben Ja, ich, äh, äh, sammel hier grad noch fürs Team Kristalle und so Ah, okay Wobei ich keine... Oh! Ne Schlangenstatue Bist du lieb? Nein! Du bist nicht lieb! Geh weg! Ein Auge sei wachsam Stoneworm Statue Mhm Sag mal Erik Ja? Wie viel hat dir Saturn eigentlich bezahlt? Ah, das ist, äh... Also nachdem wir die CGI ausgehandelt haben Für, äh, den Wanst und natürlich auch dafür, dass ich da so ein bisschen... Seh mehr so aus wie Wrecking Ralph, weißt du? Gibt echt immer Leute, immer noch Leute, die das glauben, dass das, äh, eine Katastrophe Im ersten Moment, als ich die Werbung das erste Mal gesehen hab, hab ich auch gedacht, wow Was macht der denn da? Äh, seufzt Aber dann, zweiter Hingucker, dann hat man das jetzt, sieht man das ja auch schon Ich hoffe, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das auf alle zutrifft Uah, also bei der Lava muss man echt vorsichtig sein Also ich bin wieder draußen Oh, ja, ich bin, äh, hier noch, äh... Ja, ich bin auch fast da Nein! Oh, Alter, zum Glück hab ich so zugebaut Boah Wollte ich gerade abspringen und auf einmal flog der nach unten in die Lava Aber der hat sich zum Glück so richtig zugebaut So richtig zugebaut Wurde grad sagen, du bist bei Lava, du bist also wahrscheinlich noch schneller oben als ich Was soll das heißen? Das soll heißen Nein, ich, äh, bin Pro-Gamer So, guck mal hier, wie viel Copper ich hier mitnehme, fürs Team Sollte man auch mal manchmal zu schätzen wissen, Tobi, ja? Ist ja nicht jeder so ein Puls-Jump-Typ wie du, Alter So, ich hoffe, ich komme jetzt wieder Ich freue mich, den gar nicht einzusetzen Nein, nein, mach ruhig, zeig ruhig, wie elitär du bist So, oh, äh... Hier noch ein bisschen Copper, fürs Team, fürs Team, für uns, Tobi, für uns Das ist jetzt so Du bist echt schon oben? Hm, ja, gleich Ich grab mich gerade die letzte Schicht nach oben Achso, ich dachte, ich... du, hä? Ich dachte, du hast gesagt, du bist schon oben Ja, für mich ist halb oben schon oben Ach, der... ja, weil du Puls-Jump hast, natürlich Das ist ja nur die halbe Strecke für den feinen Herrn, weißt du Aber ich bin schon so weit oben, dass ich mich von hier aus ins Schiff biebe Hallo, wieder zurück Aua Wenn das Viech mich jetzt nochmal erwischt, bin ich auch tot Besuch mal den Puls-Jump mit den 3D-Printern Ich muss ja gerade mal... Wo muss man die Sachen einscannen, damit man was bekommt? Am 3D-Printer? Da gibt's doch einen Scan-Button Ah, okay Aber wie ziehe ich denn das Objekt ab? Ah, so ziehe ich das Objekt ab Ja, 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 ja Nee, geht aber leider nicht Na ja, das hab ich fast gedacht Aber da muss man doch irgendwas dazulegen Nein, nein, wahrscheinlich geht es einfach nicht, Tobi Es geht wahrscheinlich einfach nicht Es kann halt nur einer so... Elitär sein Weißt du, die einen sind schon fein aufm Schiffchen und lassen sich das Beste schmecken Während die anderen fürs Team noch hier unten graben, weißt du? Ja, aber wir haben... ich hab... also mein Inventar ist fast voll Kann nicht mehr Mit Puls-Jumps wahrscheinlich Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhööhöhöööö STEIN Ah, schön So, hatte ich hier ne die Zwischenstation irgendwo Wie dramatische Musik verrät es? Wir sind richtig Rechts muss doch die Zwischenstation gewesen sein, dann schaue ich mal ganz kurz, was wir Noch hier unten haben in unseren kargen Besitztümern Die da oben, die haben ja alles, die da oben am Tageslicht, die feinen Herrschaften mit ihren Raumschiffen im Orbit, aber wir hier unten Ja, wir müssen uns die Sachen vom Munde absparen Dann saß ich hier und schmölz mein Geld Das Leben ist schwer, für einen Affen im Exil Verstoßen von Familie und von Freunden In eine feindliche Welt Voller egoistischer Roboter Was? Das ist eine fiese, Entschuldigung Naja, dann mach ich mir eben diese Gold-Pick-Axe Für Diamanten reicht es leider noch nicht Mich nennt er egoistisch Schade, schade Ich dachte, ich habe wenigstens etwas, wenn ich schon keinen Puls-Jump habe, dass ich Dass es wenigstens einen Grund für mich gibt, zu existieren, aber Ich bin eben nur ein dummer kleiner Affe So, habe ich eigentlich, äh, Copper? Oder ist das... Oder ist das auch den da oben vorbeist? So, mal gucken, ich labe mich mal eben an meinem trockenen Knust Ach, ich habe ja kein Brot Nur diese alten Matschigen braunen Tomaten Aber man nimmt, was man kriegt Wenn man nicht gerade hoch über allem schwebt, nicht wahr? Zum Beispiel mit Pulsstamp Das ist einfach ein Traum Ich weiß noch, als ich zwölf war Unsere Familie hatte ja nichts Wir haben damals auf dem Planeten der Affen gewohnt Dann war Weihnachten und Ne, es war mein Geburtstag, es war mein Geburtstag Ich verwechsel das manchmal Und da habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht Als Von Mattel Den neuen Puls-Jump Und bekommen habe ich stattdessen einen Speedtash Ich war am Boden zerstört einfach Narben hinterlassen, Narben Ich bin nie wirklich drüber hinweggekommen Ich habe mir mal eingeredet, es wäre okay, aber es war nicht okay Manchmal kriegt man im Leben nicht das, was man sich wünscht Manchmal kann man nur den anderen dabei zuschauen Einfach alles kriegen, alles Tobi Tobi, was machst du denn gerade? Ist was? Ne What? Hast du irgendwas gesagt? Ne, ne, ich sitze hier nur unter der Erde und denke nach Ah gut, ja, dann ist er nicht Ich schmelte hier gerade schon mal alles ein und äh, naja Und? Was noch? Keine Ahnung, ich überlege, ob ich mir eine Rüstung mache, aber das fände ich egoistisch Das wäre auch sehr egoistisch, das fände ich gemein Oh, man kann sich einen Crystal Block bauen Aus Meth oder? Nein, tatsächlich aus Crystal Oh Oh, ich habe einen Steinpiller Ist seit Starborn das neue Wort, ne? Ja Nach Starborn soll ich schon seit Rust Nach Rust Hier, Steinpiller Important to the community Hey, mein Steinpiller ist important to the community Und der ist dekorativ Und der ist dekorativ Geil Ach, deshalb die 2 Millionen Tja, cool Das ist das Geheimnis So, kann ich jetzt, äh Ach ne, kann ich nicht, okay Na ja, muss ich noch ein bisschen warten Hä, wo ist jetzt Ach so Hm? Silber ist doch die nächste Stufe da, oder? Ja, von hier noch besagt Wieso ist hier liegen jetzt hier nichts? Ach, das muss man am Anvil machen, stimmt Okay I'm in me So, manchmal komme ich immer durch'n Ander Wo man jetzt gerade craften muss So, lalala Das ist doch schon richtig, ne, oder? So Ich komme dann gleich mal hoch, ne? Ja, hast du denn Lost Minutos im Auge? Wär mehr gesagt, 40 Minuten? Äh, ja, wir sind bei 32 gerade Ah, also Wenn ich dich jetzt nur noch finde, te-te-te-te-te-te-te-te Also langsam geht's eigentlich, wir haben eigentlich recht viel Holz mittlerweile, Kohle sieht auch nicht so schlecht aus Oh, da ist noch ein bisschen Eisen und zwar gar nicht mal wenig, das probiere ich gerade mal, ob ich da rankomme Wenn ich diese beiden Herrschaften hier besiege! Ja, besiegen werde ich die Monstren der Dunkelheit, denn ich bin ein starker Affe So, das waren die Monster der Dunkelheit Ach komm, das reicht Habe ich einfach mal auf dem Rückweg neun Eierenohre Fürs Team mitgenommen Mh, hm Mh Manchmal weiß ich überhaupt nicht, wo es wieder zurück nach oben geht Ja, einfach hoch, oder? Ach so Danke Diesen wertvollen Hinweis Manchmal, wenn ich die nicht hätte Hätte ich jetzt den Pulsjump Ich gönne ihn dir Ich fühle mich auch überhaupt nicht schlecht eigentlich Ich weiß Ich weiß So, kann ich erschrecken Alter Weißt du was noch Weißt du was, wo du dich schlecht fühlen solltest? Du hast den ganzen, den ganzen Gang zugequanzt mit Zweier-Erdblöcken Jetzt muss ich mir ja nach oben den Weg freigraben Zweier-Erdblöcken? Ich hab doch immer geguckt, dass ich da nur so ne Treppe mache Offenbar nicht Damit ich hochkomme Ja Ähh Das ist nicht gut, wie du mich hier gegen die Wand stellst und Hm? Du tust, als wäre ich dran schon Diese Zuschauer sehen das schon Die können sich schon ein eigenes Urteil bilden Und zwar meins Boah, du hast ja echt den ganzen Rückweg zugebaut Ja Zum Glück sind hier die Einerstufen vom ersten Abstieg Hätte auch Magmarock nehmen können Ich bin sicher, die Zuschauer hätten es dir gedankt Welche Zuschauer, das guckt nach der letzten Folge keiner mehr Ja gut, das stimmt, nach den 1,20, das würde ich aber auch abschalten Irgendwann ist ja auch mal genug Mental vor allem So, ähh, Alter, der Typ hat dir alles zugebaut Der Typ Boah, ey Bei dem guck ich nie wieder in Let's Play Wir hätten jetzt schon längst auf einem tollen Planeten sein können Aber nein, der feine Herr Superjump, weißt du Den hatte ich da noch gar nicht Als du dich hier hochgebaut hast Nee, ich hab ja erstmal fürs Team im 3D Printer probiert, ob das überhaupt geht Ach, Alter Die Monster können einen so nach oben hieven Die prügeln einen nicht nach oben, die haben da so eine Teleportfähigkeit Ja, ja genau, diese kleinen, ne? Ja Das ist eigentlich witzig Ja, eigentlich witzig Fand ich jetzt gerade eben geckig Ich hätte sowas auch gerne Na super, jetzt bin ich auch noch vergiftet Weil der feine Herr Tobi hier wieder Gift hat liegen lassen So Sei doch nicht immer so eine Giftspritze Was du alles in den Mund nimmst Für Wörter Was denn? Ich glaube ich überleg mir das mit dem Teamtreffen auf der Gamescom noch mal Alter, wenn du aufs Teamtreffen kommst, ich schwöre ich baue dich irgendwo mit Ziegelsteinen ein Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sterbe Ähm Was denn? Oh, ich mach dir sogar die Tür auf Vorsicht Danke Wer ist nett Ah, ist ja schön hier Aber die Vögel da unten nicht Mann, da muss ich jetzt mal wieder rutsen Ich äh, puh Guck mal, ich habe hier sogar schon eine Kiste hingestellt Cool Na? Guck mal Hey Was ist? Hm? Was? Was hast du? Muss ich schon wieder? Wollte grad sagen, rieche ich da einen Puls, Jum? Nee Boah, du Arsch Boah, der Kleine jetzt, dieser Angeber-Drecksack Was kriegst du was? Dieser Angeber-Drecksack Ekelhaft Guck mal, ob du da auch so easy rüber Jetzt reicht's mir Guck mal, in meinem Puls-Jump komme ich sogar zu dir aufs Schiff Was? Was ist denn? Und jetzt? Hm? Ah, toll Du warte doch auf nichts Ach er, weißt du? Hm? Guck mal, ich habe auch einen Dash Wer als erstes bei deiner Freundin ist? Der Dash ist aber gar nicht mehr so schlecht Riecht's dir ruhig schön Nö, der ist echt super Du bist halt schnell unterwegs und kannst flüchten vor Monstern, oder? Das ist doch nicht schlecht Ich brauche auf jeden Fall einen größeren wie du Ja, das war mir schon klar Das hat deine Freundin vorher auch gesagt Du hast ja gar keine, du suchst ja noch einen auf diesem Wege Du hast ja dieses LPT gestartet, um quasi eine Freundin zu finden Ja, natürlich Allgemein Let's Plays auch überhaupt Deswegen Ja, ich weiß, deswegen Die Leute wundern sich vielleicht, dass ich immer so intime Fragen stelle, aber das hat ja schon seinen Grund Ne? Ja Auf jeden Fall So Was machst du da? Hm? Was machst du da? Nichts, ich wohne hier Das sieht so aus Ja So Gehe Ich gehe Ja 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 Super Ja Ich weiß, dass du die Kiste leer gemacht hast, deshalb ich warte eigentlich schon auf dem Schiff Achso Warum eigentlich? Du hast du gesagt, wir wollen weiterfliegen Habe ich das? Ja Geht falsch Man muss ja erstmal husten Haben wir überhaupt genug Kohle? Ich weiß es nicht Ich hab ähm Alles in die Kiste, was ich hatte Und Holz hab ich auch dabei Holz hast du auch dabei? Ach ne, Holz hab ich gar nicht Das hatte ich auch in der Kiste, das hast du jetzt also Ah, das heißt du kommst jetzt gar nicht mit dem Schiff weg Das ist jetzt aber doof, oder? Da hilft dir auch der tolle Double Jump nix, oder? Ich Double Jump mich einfach durchs Universum Ah, das sind die Richtigen Immer, immer großkotzig, weißt du? So, ich hoffe, diese Entendinger tun mir nix Eigentlich haben wir genug Holz Ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt einsammle Wahrscheinlich Ist das Frustrationsbewältigung Ich glaube, ich geh jetzt mal aufs Schiff hoch Hm? Geh mal aufs Schiff hoch jetzt So Ich dachte, da warst du schon die ganze Zeit Ne, ich bin grad noch mal auf dem Planeten runter Wollst du dir laufen, aber ach komm Den Planeten gibt's eigentlich nichts Wenn wir mal ehrlich sind Na, ich sehe hier aber schon tolle Dinge Natürlich sieht man die nicht, wenn man mit dem Double Jump hoch in den Lüften schwebt, ne? Mit dem Kopf über alles, sozusagen Ne, ich find das nicht lustig Ne? Oh 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 Ein Turm voller Roboter Was? Das find ich gut Hoff ich, ich hoffe, das werde ich gleich auch noch gut finden Kann ich mir eigentlich mal Ich dachte, jetzt kommt der Tobi da grad, aber das ist ein Monster Da muss ich mal an Tobi denken Nein, der Tobi ist ein Gieber Wir machen hier nur Spaß Oh der So, ne Brenn... ne Bronn... ne Bronn... ne Bronnende Tonne Ne Brennende Tonne nehm ich mal mit So... Lalalalalala, ich komme gleich auch aufs Schiff, ne? Oh Was denn? Mein Starbound ist abgeschmiert Oh, toll Hat dein Rechner die Double Jump Kapazitäten nicht mehr geschafft? Ne, ich wollte mich eigentlich nur aufm Planeten worpen und... ja Oh, jetzt bin ich bei... Welcome to Starbound Das ist aber doof Und nun? Ich weiß nicht Hast du noch was interessantes zu tun? Also eigentlich nehm ich grad nur ein bisschen den Turm auseinander Sonst eigentlich nicht so Mach das noch kurz und dann... So sieht man das aber bei dir aufm Channel, reicht ja auch Ja, na gut, na gut Willst du dich jetzt schon verabschieden? Ne mach... nimm den ruhig noch auseinander, fertig Achso, na gut Was machst du denn jetzt in der Zeit? Ich, ähm... weiß es nicht Ich red mit dir einfach Geh dir bei Endlich, ja Ich kann auch schon gehen Ne, ne, rede doch einfach, was? Was ist es denn für ein Turm? Ist es eine Stadt oder ist es nur ein Turm? Ne, es ist nur ein Turm voller Roboter und mit ganz vielen Eisenstangen Und, äh, zwei Türen und vorne so ne grüne Tafel US-CM US-Panel-Colony-Panel Äh... Na, super Genau, ein Monster reingegleitet Huuh, alter Die sind doch nicht so niedlich, diese Monster, die einen, äh, hoch, äh, Dingen sind Nicht? Ne, die lassen die Slamm einen dann aufm Boden Wenn sie einen in die Luft gehoben haben Ey, sag ja, wenn das zwei Stück sind, slammen die die so hoch und dann kriegst du Fallschaden Krass So, also ich, äh, ich, äh, ich geh jetzt nur ein bisschen nach rechts Ich, äh, ich, äh... Ich geh jetzt nur so ein bisschen nach rechts und gucke mal ganz kurz aufm Planeten nur noch, ob da jetzt nicht irgendwie noch so ne, so ein Hochsicherheitstakt oder sowas kommt Jaa Was total gut wäre, weil wir den ja eh nicht mehr machen könnten in dieser Folge Und dann sowieso wieder aufm... Aber wir wüssten, dass er da wäre Das stimmt, huch Boah, hier sind noch ganz viele Bäume Aber die jetzt abzubauen wäre müßig, oder? Weil Holz haben wir eigentlich genug, aber wenn, wenn du nicht widerstehen kannst, dann... Jaa, ich glaub ich lass es mal bleiben, ich glaub ich mach das mal nicht Gut, dass du's grade schon machst, ich wär das in deinem Ton Verdammt Verdammt Oh, ne Kiste, oh, und da hat er mich wieder geslammt Boah Hör auf! Boah, wo ist denn jetzt die Kiste? Ist so dunkel Ach, da Es ist so dunkel, Tobi Es ist so dunkel ohne dich Ah, hätte ich jetzt... wäre ich jetzt da mit meinem Pulsjump, könnte... Oh, hier sind zwei Kisten Ja 375 Pix... mit einem, bitte was? Was? Mit deinem, bitte was wärst du dann da? Mit meinem... Oh In der Schüssel Musste erst mal husten grade eben, vor Entrüstung Na, super Bin ich auch noch in so nem Poison-Ding, weil bei Nacht sieht man die Poison-Becken gar nicht mehr Achja, mi 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 Sagt der feine Herr ausgelockt, weißt du, so... Ja, ich hab jetzt nen Pulsjump, ich lass mal den anderen die ganze Arbeit machen Ich gehöre jetzt zu einem elitären Kreis von Pulsjumpern Wir treffen uns jeden Sonntag und schneiden uns die Pulsadern auf So Hm? Hm? Oh, die Bäume hier sind so schön groß, das wär so schön viel Holz Naja, ich lass die mal stehen Ich geh jetzt nur noch ein bisschen nach rechts und... Oh, die Bäume ist echt groß Äh, ich geh nur noch ein bisschen nach rechts und gucke nochmal Aber das Spannendste, was man hier findet, sind Tomaten Und nen Kackvogel, der nen... und nen Kackvogel, der nen angreift, ist der auch noch Bis auf zwei, drei Dinge sind da echt so... keine wirklichen Highlights auf dem Ding Aber ich muss mal sagen, der Energy Dash ist echt praktisch Man kann zwar nicht mehr so hochjumpen, aber... dafür kommt man echt schnell vorwärts Ja, glaub ich dir Und hier ist auch eine Hütte Bambustüren brauchen wir nicht, ne? Nimm einfach mit Wir haben ja nichts Ach, ich hab die Bambustüren jetzt mal... Da, wer ist... Wo bin ich denn hier? Was ist das für ne komische Gegend? Was ist das für ein Gestein? Boah, Tobi, wenn du das jetzt sehen könntest Ja, ich überlege grad, ob ich mich nochmal einlogge, weil wenn du länger brauchst Das ist zwar Cobblestone, aber irgendwie so ganz komisch Weil das sieht aus wie Papierstein oder so, Sandstein oder sowas Mit ganz viel Kohle drin, ich, äh, ich hoffe du bist mir nicht böse, wenn ich die Kohle mal kurz hole Für unseren Supra Warp Antrieb Auf Kohlebasis Läuft deine Aufnahme eigentlich noch mit? Nene, die ist abgebrochen, ich hab ja... Star Wars hat sich ja beendet Achso Naja, deshalb, also wenn du noch länger brauchst, komm ich nochmal rein Und hier sind so ganz andere Bäume, so ganz komische... Das ist ne ganz andere Gegend hier Hm, zeigt wohl echt ein großer Planet, wie die ganzen Abschnitte da sind Ja, in der Tat Ich baue mal von den Bäumen so ein paar ab, weil da kriegen wir auch diese Strange Seeds Dann haben wir wieder verschiedene Bäumlichkeiten, weißt du? Mhm Fürs Team Fürs Team Super Strange Jo, auf jeden Fall hier eine ganz andere Gegend und ich frage mich, ob dann hier... ... vielleicht auch Bevölkerungen sind ... ... Das war so ein Mini-Biom glaube ich, kann das sein? Es gibt doch so Mini-Biome Sind die auch neu? Nee Nee, Mini-Biome gab's schon immer so... ... diese Kristalle zum Beispiel sind auch Mini-Biome Achja, achja Ja So, aber ansonsten, ich glaube, dass hier ist sonst nicht viel zu finden Ich vermisse, ich vermisse meinen Roboter-Kumpel Aber ich glaube, es lohnt sich, wir sind ja eh schon bei 50 Minuten Also du Ja Entschuldige Oh, und ich Und wenn es weiter so geht, bin ich auch gleich tot Boah, halt mal auf Boah, hier sind ja nur Schluchten und dann ist da so ein blöder Kackvogel von oben Huh Bist du am Abscheißen? Bin ich denn hier? Bist du am Abscheißen? Ah, geht so Ich kann nur nichts sehen, wenn es nachts ist Das ist total unspannend hier einfach, dieser Planet ist voll Kacke Also ich möchte sagen, dein Starbound dadurch, dass es abgeschmiert ist Wirkt dein Let's Play spannender als meins jetzt letzten Endes Falls schon zu Ende war, ja Ich finde hier ab und zu mal so eine komische Riesen-Kopfschmerztablette da, diese komischen Tränen Hier ist ein Endgegner Vielleicht sollten wir einfach in der nächsten Folge mal gucken, dass wir echt einen guten Planeten finden, wo wir uns auch niederlassen Ja, das müssen wir auf jeden Fall mal machen, weil das hier ist echt so ein Arschbackenplanet, der ist äh Zum Holz sammeln ist ja gut Ja, aber das willst du ja auch nicht die ganze Zeit machen Hey, zwei Roboter Boah, Alter, wie vertragen die denn auf einmal? Muss ich mal ganz kurz eben nochmal... Fürs Team So, hier, die Dinger nehme ich mal mit Vielleicht findest du ja einen Puls-Jump in der Kiste Nee, das sind ja nur diese normalen Kisten Hey, eine Copper Pickaxe Und eine Flöte Hey, hab ich ja auch eine Geil, da können wir eine Flötenband machen So, das Glas nehme ich mal mit Oh, ich, äh, ist mein Inventar schon voll? Tatsache, mit Scheiße Tobi, soll ich jetzt noch weiter nach rechts gehen oder soll ich's lassen? Soll ich die Folge beenden? Soll ich Gnade haben mit den Zuschauern? Also ich sage dir, dass da wahrscheinlich nicht mehr viel kommt, aber wenn du's ausprobieren willst, dann mach's Also hier kommen, glaube ich, eher so einfach nur Roboter-Dinger Ja, deshalb Ich glaube, also da kommt nicht mehr viel Aber ich muss sagen, wenn man diesen Puls-Jump zusammen mit dem Ding hätte, das wäre super Aber kannst du ja immer nur eins nehmen, ne? Ja, leider ja Auf jeden Fall ist man mit dem Ding extrem schnell, muss man sagen Man kommt auch gut von Monstern weg und so Oder bei Schluchten springen ist auch gar kein Problem mehr Ja, ich glaube, das reicht auch schon und, äh, jetzt sind wir eh schon wieder bei 53 Minuten Jetzt haben wir den Planeten erkundet und haben festgestellt, er ist Scheiße Ja, das stimmt Ja, und dann in der nächsten Folge, ich glaube, da gucken wir echt mal nach einem neuen Planeten Das, äh, also das war jetzt echt Ja, das auf jeden Fall, also da macht man nicht mehr viel Nee, 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 der war echt low Ach, Alter, ist das schön hier ohne diesen komischen Roboter-Heinz Boah, so viel Platz hier auf dem Schiff Ah, ist das schön Was mache ich denn als erstes? Und eigentlich im Endstream sagen, vielleicht finden wir in der nächsten Folge für dich ja auch einen Puls-Jump, aber das sage ich jetzt nicht Was, wieso denn nicht? Nee, nee Hm? Der ist scheinbar schöner ohne mich Ich geh jetzt Ah, jetzt kann ich ja dekorieren Tschüss Wo willst du denn hin? Nee, ich geh jetzt W-w-wohin? Du willst mich ja scheinbar nicht mehr bei dir haben Was? Das hab ich doch nie gesagt Nein Ah, der feine Herr, der feine Herr Puls-Jump, weißt du? Wie gern will ich jetzt mit dem Puls-Jump durch mein Zimmer springen? So, ich mach hier mal, ich mach hier mal eine Großraum-Disco gerade, so Ah Das ist total bescheuert, was ich hier gerade gemacht habe Ich seh's nicht mal, das ist scheiße So Ja, es ist total beschissen, was ich hier gemacht habe, aber ist ja auch egal In der nächsten Folge, in der nächsten Folge wird's viel toller, das war ja auch ausgeschlafen, da haben wir nicht sieben Stunden oder neun Stunden am Stück aufgenommen inzwischen Ich glaube, das darf man auch nicht Sind mittlerweile, warte, ich halte dich auf dem aktuellen Stand 8 Stunden 37 Minuten Um Gottes Willen, das darf ich nicht mehr mal zählen Boah, ist ja kein Wunder, dass man dann irgendwann durchdreht So, Tür zu und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü auch wieder komplett am Start. Aber dann ohne Pulsjump, oder? Soll ich ihn solidarisch für dich weglesen? Ach Quatsch, natürlich nicht. Über wen soll ich mich dann lustig machen? Hätte ich auch nicht gemacht. Ja, dachte ich mir schon. Diese Pulsjump, Leute, ey, das ist einfach so ein Illitärer. Tschüss. Tschüss.